Was? Was ist das, dass du schon aufnimmst? Ich nehme auf, seit ich das Stream gestartet habe. Ja, ich auch, aber das schneide ich trotzdem weg vorher. Ja, ich auch. Diesmal auch, ja. Echt? Wow. Ja, bei dem letzten Mal habe ich es nicht weggeschnitten. Aber ich schon. Ich habe es ja gesagt. Dann hört ihr das exklusiven Content auf meinem YouTube-Kanal. Genau. Könnt ihr euch bitte um... Oh, perfekt. Jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ein bisschen Geduld, liebe Gene. Ein bisschen Geduld. Das hat jetzt Christian nicht gehört, weil er weg war. Ich will nicht, dass es lädt. Ich muss sich immer so lange warten. Sag mal, was passiert eigentlich in den fünf Minuten, wo ihr alleine im Voice seid? Du, das sind die besten Minuten des ganzen Streams, Gene. Brot und Verderben. Hallo, Jonas. 13 geht leider nicht, weil wir haben kein... Also, ich zähle nicht mehr aus. Ich bestimme die Map nicht mehr. Ja, ich bin auch für Map-13. Harry Potter, endlich. Harry Potter. Oh, Lila, du wirst bezaubern. Lila, du wirst hier. Alles klar, Käpt'n. Hi, 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 Käpt'n. Oh, der Käpt'n kommt alles. Hallo, Saku. Wunderschönen guten Abend dir. Alles klar, Kinder. Hi, hi, Käpt'n. Oh, ich hab's nicht lauter. Hi, hi, Käpt'n. Oh, die da, da, da. Was kannst du dir für mehr? Sind die zu laut oder geht es? Sind einfach meine Kopfhörer zu? Meine Kopfhörer sind zu laut, okay. Ich glaub nämlich meine, Trailer. Sie sind irgendwie so laut, ne? Ja, voll. Oh, jeez. Geh weg. Hallo Käpt'n, ich bin hinter dir. Lääääääle. Läääääle. Da ist eine, da ist eine unsichtbarkeit. Da ist eine unsichtbarkeit. Hast du jetzt gerade die Jenny-Fisch erschossen? Wir sind auch ein Ticke laut. Okay, da mach ich sie kurz leiser. jetzt sind sie ein bisschen leiser ist gerade so am seite jetzt einparken wieso sind keiner sponsor ja noch gerade spongebob gesungen lila aber da haben wir von schia unterbrochen weil ich habe auch gesungen ich muss jetzt ja mein geld ich muss kurz mal was einstellen ich muss das einstellen keine ahnung wo ihr seid ich hätte vielleicht auch mal gucken sollen was ich bin bin in der großen grabe große grabe pizza ist die pizza super klusperig ist das in der serie auch schon das ist der geheime keller von mr krebs grüße an meinen neuen sohn dave deine neue mama grüß dich hallo wer ist meine neue mama lila die könnte man immer muss sein tatsächlich wirklich wenn sie nicht aufgepasst so mit mit zarten jahre ist nicht warum bist du hört weil ich kann eine leitung warum wird bei mir geschossen ich weiß nicht ob ich glaube ich ja so warte mal meine musik ist verlaut ich habe keine musik ich habe auch keine musik der docker zu ihnen da ist der blau auch nicht okay da gibt es zwei mal dave gibt es zwei mal mayday warum ist eigentlich die große grabe so klein die war doch größer ich habe keine maus auf den tisch gehauen also habe ich geschossen ist auch interessant bitte danke hinter schade weiter hier dieser gurkensalat wird schön wie der hit der fliege der holländer ist ja habe ich auch schon gesehen ich dachte du bist ja da ich dachte das war die nacht schicht das ding ist die warfe wenn du die arm schießt dann tanzt du in der tod und dann stirbst du hast nur ein bisserl zeit um zu reden und dann stirbst wie michael schick mal frech hier bis zu einer sechs leben sexy sie bist du schon wieder gestorben ist nur ruhig die lebt noch die lebt noch aus gelegt wie wirklich bist so skillig ein skilliges biest das heißen das schon wieder das ist die erste fucking runde hast mich auf 69 gebracht das ist sehr hat es anscheinend ruht also ja ja dann jenny auf aus ab in die ab in die ab in ttt passen die anderen denn jetzt von der lautstärke sind sie laut genug bin ich laut genug das problem ist jetzt nur ich habe keine ahnung wo du wächst kannst du noch mal zurückkommen ja warte ich komme wie viele slots haben wir sind das ist ja wurscht aber du kannst ja mitspielen wenn du lust hast du bist du denn du bist hier aber nirgendwo an die lasse genau war zurück wo du gerade herkommen bist da bin ich jetzt bin ich bei der krossenkrabbe wieder jetzt bin ich nicht bei der krossenkrabbe ja ich bin aber den ganzen weg zurückgelaufen bis zum krossenkrabbe ich weiß nicht wo du bist aber nicht bei der krossenkrabbe krossenkrabbe ich weiß nicht wo ich bin ich weiß nicht wo ich das ist ja das habe ich vorhin schon mal angemerkt. Man hört mir anscheinend nicht zu. Oh, Dave, bist du schon wieder tot? Auch so was. Jenny ist da. Hallo, Lemdom. Dann eine gute Besserung. Die erholt dich gut von der Impfung. Hallo, Jenny. Hallo, Jenny. Jenny. Hallo, Jenny. Jenny wird gefeiert wie ein Popstar. Aber das gehört sich auch so. Jenny ist unser kleiner Popstar. Die einzige, die es, der es noch mehr Gebühren könnte, könnte, das kann man jetzt sehen, wie man möchte, das ist die Liga. Wie lange? Seit wie lang bist du durch Stauntenkipp? Ich hatte heute auch die zweite Mal abwarten. Vielleicht fünf Sekunden. Hoffentlich habe ich nichts mehr. Ich habe nicht gesehen, wie du zum Abfalleimer gelaufen bist und dann habe ich mir gedacht, oh, er hat mich scheinbar nicht gesehen. Dann warte ich, bis er wiederkommt. Ah, okay. Und ich bin Traitor. Okay. Jo, passt hier. Ja, nice. Jenny. Danke schön, Jonas, für deinen Twitch Prime Sub. Vielen, vielen Dank. Schon im fünften Monat. Ach so. Christian, du hast, bevor ich angefangen habe, zu streamen, auch gereased hat, ne? Oh, ja. Ja. Danke schön. Which Prime is not a crime? Da ist Kipma. Sie. Ich habe nicht gesehen. Es ist so schade, dass man hier nirgendwo rein kann. Wo war mir das? Ich. Chi, Chi. Chi, Chi. Das ist schwierig auszusprechen, ne? Ich sehe die Chi, tatsächlich. Ja, ich habe die Kiste erschossen. Vor allem, wie sie das Cheaten direkt wieder deaktiviert hat, nachdem wir heute gesagt haben, dass wir die Traitor werden. Wir haben die Map noch ganz sehen. Warum ist es heute die Ananas? Das ist überhaupt zu kurz. Oh, Heidi. Hallo. Ich finde es schade, dass man in die Ananas nicht reinkam. Oh, wer ist das? Chi, 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 Chi. Was hast du für eine Waffe? Was hast du für eine Waffe? Danke. Diegel. Hallo, Jenny. Da ist das Waffe. Diegel. Hallo. Du bist zu leise. Ja, ich muss einfach nur mehr ins Mikro reden. Ach so. Hoi, hoi, hoi. Du musst zu abwechselnd den Mund aufmachen. Hi, Jenny. Warum bist du hört? Ich habe eine Runde gefallen. Chi. Ja, ich kann es bestätigen, es ist Blut. Jenny. Hallo, Petma. Hallo, Christian. Jenny, wie geht es dir denn? Geht so, ne? Wie ist die Arbeit? Geht so, ne? Also scheiße, also scheiße, das gibt es zu. Jenny, jetzt bist du bei uns, jetzt wird alles gut. Ja. Jetzt geht es an Michael Jackson. Au! I've got the thriller. Ja, genau. Genau so. Ich weiß, warum ist es um eine Waffe da? Oh, ich habe einen Schlüssel gefunden. Weil du Granaten geworfen hast. Ja. Warum renne ich da direkt? Das weiß ich auch nicht. Ich habe einen Schlüssel. Ja, ich habe vorhin bleibt Papier aufgenommen. Aua, aua, aua. Wo ist der? Hier, wer ist das? Wer ist das? Hier, Jenny, Jenny, Jenny. Guck mal, ich habe einen Schlüssel. Den habe ich gefunden. Und wer ist das? Das ist Chris. Kannst du den irgendwo rein? Chris, 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 Chris. Ich habe einen Schlüssel, lass mich mit meinem Schlüssel ausprobieren. Bitte nicht erschießen. Warum reden die denn jetzt alle Chris, ey? Was ist mit dem Spider passiert? Ich mag ihn jetzt so. Deswegen bin ich jetzt Chris. Ja. So, also hier geht es nirgendwo. Ich versuche jetzt den Schlüssel auszuprobieren. Bitte nicht erschießen. Was ist das? Ich sage nicht verstanden. Der Spider mag ich nicht so. Also bin ich jetzt wieder Chris. Jetzt auch nicht. Okay. Nein, er ist Christian. Oder Christian. Oder Crystal. Oder Chris. Ich bin jetzt für ewig. Mir muss es sorgen, wenn es das moxt, aber es ist irgendwie für ein Weak-Wound-Hein. Keine Ahnung. Ich habe einen Schlüssel, ich habe jetzt schon eine Silvflasche umgebrochen. Was war das für ein Ton? Boah, no, 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 no. Boah, no, 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 no. Irgendwie, irgendwie, huch, muss ich heute noch aufwachen für einen Stream. Ich bin irgendwie gerade so Brain-AfK. Ja, ich habe gedacht, dass er hier reingehört, weil hier ist ja so ein Schlüsselloch, ne? Ja, ich habe Zeitungspapier aufgehoben und ich weiß nicht, warum ich das aufgehoben habe. Ja gut, das gibt es nicht. Nee. Hallo, Anna. Ähm, Jenny? Hm? Christian? Ja. Okay. Ich dachte, irgendeiner wäre tot. Was hast du gemacht, Chi? Da kann man draufdrücken. Und was passiert da? Nichts. Was heißt das? TP-Vollen Buddies. Ich glaube, du musst da zwei Buddies hinlegen und dann kriegst du zwei Credits. Ah. Also was für ein Traitor. Ja. Stimmt das nicht da, wenn du ein Traitor bist? Nee, das steht immer nur. Es gibt hier sehr viele Traitor fallen, deswegen habe ich nicht alle gelesen. Okay. So, ich habe bisher noch keine Verwendung für die Schlüssel gefunden. Das ist ja auch einfach nur. Du schießt immer, wenn ich in deiner Nähe bin, ne? Das ist ein bisschen. Achso, ich habe nur auf das Enter geschossen. Oh fuck. Das ist ein bisschen was. Entschuldigung. Ich werde es unterlassen. Wer schießt denn hier gerade? Mir geht es gut an. Nein, ich hoffe mit dir auch. Ammisch. Das ist das Schlüsselloch bei Mr. Krabs Dingenskirchen. Ja, da war ich vorhin schon mit Chi, aber das hat nicht funktioniert. Chi, 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 Chi. Ich bin mal Chi, 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 Chi. Ja, man geht. Ich bin Burger-Brater jetzt. Ich bin Braten-Burger hier. Burger-Brater. Ich wusste gar nicht, dass man... Ich wusste gar nicht, dass man... Jetzt sind sie wieder ein bisschen leise bei mir auf dem Kopf hier. Ich wusste gar nicht, dass wenn man hinter Patricks Haus langläuft, dass man dann zum Abfalleimer kommt. Ich will das Spiel damit etwas sagen. Ich will das Spiel damit etwas sagen. Ich muss mich noch an deinen Namen gewöhnen. Ich entschuldige mich schon mal im Vorfeld, wenn ich Doc oder Spider sagen sollte. Ist okay. Na, kein Problem. Alter, der hatte ich nie. Warst du am Schoppen? Nein, ich habe mir gerade überlegt, ob ich wieder random auf irgendwas schießen kann. Gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil sonst hättest du wieder gesagt, ich schieße in deiner Nähe. Warum bist du hinten erschief und fliege in den Holländer? Das habe ich letzte... Das habe ich letzte... Alter, hört ihr mir überhaupt zu, wenn ich rede? Ja, ich habe das auch schon letzte Folge gesagt. Nein, man... Selbst wenn man rausgeht, dann... Moment, ich muss gerade es da mal im Kopf. Dann wird es einfach schwarz. Nein, ich laufe vor Christian weg. Däm, 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 däm. Bala, 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 bala. Rampage Mode, ikonnet. Okay. Also das war jetzt die schlechteste Rampage Mode, die ich... Was? Ja, weil die Chi mein Hemm runter trat. Ja, genau. Ein paar so schlecht. Lü, lü, lü. Schießt er mich jetzt gerade ab oder hat er mich nur zufällig getroffen? Ja, Lina, das war gerade ultramies. Ich war gerade... Das Mieseste, was ich jemals gemacht habe, glaube ich. Kurz verwirrt, ob er jetzt nur unabsichtlich war und dann... Ja, ich habe ihn dann doch erschossen. Ich wusste nicht, ob ich zurückschießen sollte. Ich war so, mach ich es, mach ich es nicht. Da habe ich es einfach gemacht und war glücklich, dass es keine Fehler war. Ja, Doc, du musst warten bis wirklich 0,01 Sekunden übrig sein und geht es. Dann kann es sein Rampage Mode, okay. Dann kann es sein Rampage Mode, okay. Dann kann es sein Rampage Mode, okay. Du musst dir auch merken, Chris, wenn du den Rampage Mode anmachst und du hast Erfolg, dann musst du dir gemerkt haben, ab wie viel Sekunden du angefangen bist, weil das nächste mal musst du mindestens eine Sekunde weniger auf der Uhr haben, wenn du damit anfängst. Das ist die Challenge. Oh, da ist, wer ist das? Das ist der, Chris. Geht es nicht weiter. Jenny, du bist sehr weit vom Mikro weg. Ja, meine Katze ist gerade hier. Das ist Grund genug vom Mikro weg zu sein, das kann ich absolut nachvollziehen. Ja, der jault schon, die ganze Zeit haben wir eine Tür zu, aber ja, man hört ihn. Was ist denn für ein, was hast du denn für ein Kästchen? Keine Ahnung, Hauskatze. Das wollen wir mit der Tante auf dem Bauern holen. Okay, also mitteleuropäisch kurz. Alles. Einfach alles. Ja, okay. Ja. Oh, das ist ein schöner Bus. Ich habe bei uns, bei uns zu Hause läuft so ein Streuner rum, der ab und zu mal morgens vorbeikommt und mich begrüßt, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin. Das hast du sämtlich gemacht, ey. Ich bin das Maskottchen der großen Krabbel. Du bist ein Ninja. Ey, was ist denn? Ich nehme alles zurück. Wir sind Künstler. Ah, Muggel, Muggel, guck mal. Ich finde es brutal. Ist aber toll, guck mal. Bitte töte mich nicht, wenn ich gehe. Nee, ich töte dich jetzt, wenn du gehst. Ja, ob du jungs. Warum? Einfach nur so. Hä? Ich glaube, die Ehre hat nicht getriggert. Ich will den scheiß Schwanz jetzt. Hauptsache, der Schwanz triggert. Alles klar. Der Schwanz triggert? Okay, das ist krass. Okay, das ist jetzt hard broken, aber gut. Mein Soundalert. Benni? Muggel? Ja. Die Katze. Wadis? Wie heißt denn die Katze? Wie so heißt die? Muggel. Muggel. Wadis? Wadis? Guck mal hier. Wadis? Hey, Muggel. Muggel. Habe ich ja meinen Namen gehört? Nein. Wenn du Muggel heißt, ja. Sei nicht die, die. Das heißt, das gibt mein Echt. Ich hab dich schon mal gesehen. Da ist der, 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 der. Er wohnt im Dschungel und schummelt beim Spiel. War das der, den ich mal mit zum Knuddeln hatte. Okay. Okay, dann kann ich mich erinnern. Jenny, du musst erst mal zwei Leisen platzieren, damit du da was machen kannst. Okay. Du musst erst zwei erschießen. Nee. Kann man die töten? Ich glaube nicht. Du musst zwei Menschen erschießen, damit sie zu leichten werden. Aber die Quale hat ihre Tage. Die blutet unten. Hallo. Hallo Team. Warum blutet die Quale? Oh, vielleicht hab ich drauf geschossen. Ah, okay. Aber nur vielleicht. Haben Qualen überhaupt Geschlechter? Absolut keine Ahnung. Was? Was macht die Quale? Irgendwas ist da mit der Quale passiert. Oh, was ist die Quale? Die Quale hat's gut gemacht. Ich weiß nicht. Ich bin bei der Ananas. Jenny, Jenny, Jenny. Ich hab dich im Verdacht, weil ich weiß, dass das eine Traitor-Falle ist. Okay. Du warst gar nicht. Also entweder Spider oder Jenny. Einer von beiden war's. Ey, ich will da so ein Kipmer oder Jenny. Die waren gerade beide in der Nähe von Quale her. Ja. Ich hab auch Tendenz eher Richtung Jenny, weil du standst ein bisschen sehr nah dran. Und dich zu aktivieren. Oh, okay. Jenny ist es? Du warst schon tot. Dann ist das gerade von Ferb von. Da ist Chi. Ach ja, hallo. Chi, soll ich mich einfach mal wieder vor... äh... Vor mir runterfallen? Ah, ich... Das ist ne Granate. Wow. Wow. Qualen haben Geschlechter, laut Vicky. Oh, du hast mich ein bisschen erschreckt. Was hatten wir denn noch nicht? Hatten wir... ist da irgendeine dabei, die wir noch nicht hatten? Keine Ahnung. Sind da ein paar Neue dabei? Nullplan. Können T-Tert? Nee, die hatten wir schon. Asylum hatten wir noch nicht. Was? Sie wollen alle beeinflusst werden. Ja. Es bleibt ein Pokémon. Pokémon. Schnapp, schnapp sie, die hier. Na! Ja! Uh! Oh! Pokémon! Ah! Ja! Turn on!